Liebe Musikfreunde, liebes Publikum, ich heiße Kazo Kanemaki, ich bin Leiter des Orchesters Grüner Hügels. Ich hoffe es sehr, dass es Ihnen trotz Corona und unter Umständen gut geht. In diesem Jahr können wir leider unsere Musik nicht direkt zu Ihnen bringen. Dennoch, möchten wir versuchen, durch Online Ihnen kurz eine Freude zu bereiten. Unser Orchester besteht aus hochrangigen Profimusikern wie Berliner Philharmonikerin bis Hobbymusiker. Das ist ein ziemlich seltener Fall, soweit ich weiß, auf der ganzen Welt. Der Name Grüner Hügel ist von Präsident Ikeda im Jahr 1981 uns gegeben. Heute wissen wir viel mehr, was das eigentlich bedeutet. Villa Sachsen ist ein Ort, auf dem Grüner Hügel steht. Das ist ein Ort, wo die Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen, Ruhe finden und wieder glücklich nach Hause gehen. Ich meine, Sie brauchen nicht sofort nach Hause gehen. Wir spielen sehr, sehr gerne vor Ihnen, weil Sie ein ganz wunderbares Publikum sind. Und wir hoffen, uns bald wieder live zu sehen und damit unsere Musik Ihnen direkt zu Ihren Ohren bringen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie bitte gesund. Auf Wiedersehen. Applaus 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 UNTERTITELUNG 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 des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.